Haben wir eigentlich jetzt, haben wir schon ein Intro? Nee, also höchstens hast du immer, das mit dem wir, wie hast du es gesagt? Wir klinken uns ein, nee, wie heißt es? Wir locken uns ein? Ja, wir locken uns ein, das hast du immer gesagt, genau, wir locken uns ein in Internet. Ja, das hast du gesagt, wir locken uns ein in Internet. Bin ich jetzt, bin ich der Anmoderator? Du bist jetzt der Anmoderator, ja. Okay, warte, hast du schon eine Idee, wie wir die Folge nennen, weil dann kann man schon ein Wortspiel machen? Ähm, nee, tatsächlich nicht, weil das sind ja mehrere Themen auf einmal. Das ist jetzt eine Art Format, ne? Ja, äh, doppelt hält. Art Format, genau, wir nennen das Art Format. Art Format? Ja. Okay, vier Themen auf einmal. Ja, wir haben da was hart parat, nämlich das Art Format. Und damit locken wir uns ein ins Internet und sagen Hallo zur Folge 4. Hallo. Und ich hoffe, das war jetzt geil. Einfach mal. Ich fand's witzig. Wir können es einfach sagen, 4 gegen Willi nennen, ne? Ich hatte 5 gegen Willi, nennen wir 4 gegen Willi. Oder 5 gegen Willi, weil wir ja 4 oder 5 Themen haben. Das können wir auch machen. Okay. Nennen wir es halt 4 oder 5 gegen Willi. Der arme Willi. Willi wird geschlagen. Oh, schön. Ja, wie geht's dir? Ja, du, ähm, äh, soweit, so gut. Heute war das Wetter mal wieder karossophat eklig. Einfach nur Regen, einfach, äh, scheiße. Der gute deutsche Reim, ne? Der April macht, was er will. Ja, der gute April, das ist halt wirklich so. Naja. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten, soweit alles in Ordnung passt, ne? Sehr schön, sehr schön. Gut, also, ähm, ja, wir haben uns... Okay, dann gehen wir wieder straight zum Thema. Ja, oder wolltest du noch was sagen? Wolltest du noch irgendwie was? Keine Ahnung, ich wollte zum blöden Smalltalk halt anfangen. Äh, will man mit Smalltalk anfangen? Ja, dann erzähl doch mal, was, äh, wie geht's dir denn? Was hast du noch Schönes gemacht, heute? Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, es wirkte zwar nicht so durch das Wetter, weil es trotzdem regnerisch ist und heute Morgen hat es geschneit nochmal bei mir und so, bla. Ey, ich jetzt... Aber ich merke langsam, dass der Heuschnupfen wiederkommt. Ui, ui. Ich bin ja großes Heuschnupfenopfer. Ah, scheiße. Aber mein Niespegel ist die letzten Tage, Wochen gestiegen. Aber auf jeden Fall. Gegen was bist du eigentlich eigentlich? Wollte ich eigentlich nur mitscheinen. Ähm, Dummheit. Äh. Meistens. Deswegen, wenn ich in den Spiegel schaue, muss ich oft niesen. Ja. Aber, nee, halt so, wie heißt es, Gräser und, ich glaube, Rocken. Ui, okay. Glaube ich. Also, nicht Rockenbrot, aber halt Pollen und sowas, meine ich. Also, nicht so krasse Sachen, so typisches, die halt so rumfliegen. Ach so, nee, so jetzt das ganze Blumensperma und so. Ja, genau sowas, ja, ja. Nee, ja, teils, aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass meine Augen die ganze Zeit drehen. Ja. Ich muss ja niesen. Ja. Aber du hast ja ein schönes Medikament, weil, das weiß ich noch, dass du so ein schönes Spray oder sowas hast, was du immer reinziehen musst. Gras hab ich, genau. Herzlich verordnetes Marihuana. Nein, eigentlich nicht, tatsächlich. Ja, Heuschnupfen ist echt eine, ähm, sehr unangenehme Sache. Ja, das Ding ist vor allem, warum heißt es eigentlich Heuschnupfen? Also, es ist ja kein richtiger, gut, es ist schon eine Art Schnupfen. Aber warum Heu? Aber es hat ja nicht so viel mit Heu zu tun. Ja, ne? Ja. Eigentlich witzig. Kennst du das Wort Heuer? Also, weißt du, was es heißt, wenn man sagt Heuer? Nee. Echt nicht? Nee. Wann nicht, ist das so ein bayerisches oder fränkisches Ding? Ich kenn's echt nicht. Wenn man, wenn man jetzt sagt so, Heuer, ähm, Heuer wird alles super laufen. Heißt, also Heuer, das heißt quasi dieses Jahr. Aha. Heuer ist wieder Erntezeit. Kenn ich, absolut, nee, hab ich noch nie gehört. Also, ich hoffe, ich sag's jetzt richtig, aber, ah, okay. Hab ich noch nie gehört. Vielleicht, ich dachte halt, vielleicht kommt's daher, weißt du, von Heuer, der Heuer schnupfen wird da, ne? Oh, das könnte ich, das könnte ich echt. Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Und wo haben wir es zuerst gehört? Hier, im Internet. Tja, im Internet, ne? Bei uns. Witzig. Ja, ich wollte sagen, wir können die Folgen bänden. Ich warte. Welcher Spruch? Hat's? Den ich vorhin gesagt hab. Ne, 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 den ich, ähm, genau, ihr erfahrt hier bei uns, was ihr verpasst habt. Oder irgendwie so ähnlich. Ja, hast du es nicht letztes Mal gesagt, oder? Ich weiß es nicht, der hab ich mir irgendwie aufgeschrieben. Das kommt mir auch bekannt vor, ja. Hier erfahrt ihr, was ihr letztes Mal verpasst habt. Irgendwie so, ne? Ja. Ja, oder was ihr diese Woche verpasst habt. Irgendwie sowas, ja. Oder so. Oh, finde ich witzig. Naja, auf jeden Fall. Genau. Wir wollten heute ja mal was Neueres ausprobieren. Ja. Weil wir uns gefühlt haben, als hätten wir uns längst schon festgefahren in den ersten drei Folgen und deshalb müssen wir jetzt unbedingt mal wieder was Neues probieren. Ja, wir brauchen definitiv ein neues Spin-off, ne? Gleich wieder neu ausprobieren, die neue Formate, ne? Weil die anderen sind jetzt ausgelutscht, ne? Also deswegen brauchen wir jetzt mal wieder was Neues. Deshalb haben wir das, äh, wir haben noch keinen Namen, Art-Format. Art-Format. Das ist eigentlich ziemlich dämlich. Oder 4 gegen Willi. 4 gegen Willi finde ich witzig. Das ist auch ein guter Name. Ja. 4 oder 5 gegen Willi. 4 oder 5 gegen Willi. Der arme Willi. Ja, ähm, wir haben nämlich gesagt, damit wir nicht immer irgendwie so ein Hauptthema haben und das durchkauen und dann irgendwie davon abweichen und dann ist wieder was anderes und so haben wir jetzt mal gesagt, hier hat sich jetzt mal so zwei, maximal drei Themen überlegt. Einfach, was man jetzt dem anderen fragen will oder vorstellen will oder halt einfach, also ich weiß nicht, welche Themen du hast und du weißt hoffentlich nicht, was ich habe. Ich hoffe mal nicht, ne? Und wir haben hoffentlich nicht das Gleiche. Ich habe nämlich auch die Befürchtung. Ich war nicht sehr kreativ. Ja? Ich war nicht sehr kreativ. Okay. Wahrscheinlich haben wir wirklich die gleichen. Das wäre echt witzig. Naja. Das wäre so typisch. Das wäre so echt typisch. Wir haben so, ja, Viertelstunde bis 20 Minuten. Genau. Jetzt nicht auf die Zeit genau, einfach Zeit, um darüber zu reden. Ja. Nicht länger, wenn die Zeit rum ist, dann können wir so langsam mal zu einem Abschluss kommen und dann einfach on-moven. Richtig. On-moven. So schaut's aus. Das heißt, ich würde sagen, wir machen schnell Schere, Stein, Papier, wer anfangen will. Mhm. Okay? Ja, okay. Schere, Stein, Papier, hast du mitgemacht? Ja, ich habe eine Schere, tatsächlich. Ich habe auch eine Schere. Also, ich habe, jetzt ernsthaft, ich habe eine Schere. Ich habe auch wirklich eine Schere. Wir sitzen ja nicht nebeneinander, übrigens, ne? Wir machen das wie über einen Discord-Server. Ich habe wirklich eine Schere, Alter. Nice. Okay. Ja, dann müssen wir nochmal machen. Dann müssen wir nochmal, okay. Eins, zwei, drei, drei, vier. Hier. Ich habe einen, ich habe einen Blatt. Okay, dann darfst du anfangen. Ah, sehr schön. Wunderbar. Fang du an. So, gut. Also, mein erstes Thema tatsächlich ist, ähm, auch ein bisschen aktuell, äh, Streaming-Dienste. Ah. Ähm. Okay, nee, das war nicht meins. Ah, sehr gut. Okay. Also. Hat schon eine Befürchtung. Nee, weil Disney Plus hat ja, äh, oder Disney hat ja ihren Disney Plus Streaming-Dienst offiziell angekündigt, ne? Der kommt ja im November, ich glaube, am 16., 19. November oder sowas. Ähm. Ja, so Ende des Jahres. Ende, auf jeden Fall, im November auf jeden Fall, ähm, Ende des Jahres kommt er raus, heißt halt Disney Plus und kostet fünf oder sechs Euro waren es, wenn ich mich jetzt recht entsinne, also fünf oder sechs Euro. Ähm. Und, ja, mal. Ich glaube sieben, oder? Wenn, sogar sieben? Ah, 6,99 oder sowas, ne? Ich glaube sechs, also in Deutschland ist es, glaube ich, sechs Dollar oder sechs Dollar oder irgendein, auf jeden Fall billig. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr günstig. Also, wirklich echt günstig. Ähm, und du hast halt in diesem Disney Plus, um mal zu sagen, kurz die Fakten so abzuklappern, sowas wie halt Walt Disney, ne, Pixar, Walt Disney Animation, du hast halt Marvel, Lucasfilm, 20, 30, 30, 20, Dings Fox, ähm, 20, 20, 20 Fox, 20, 20 Fox, ne? Ja. Ähm, Blue Sky und Searchlight. Ich glaube, das sind so die, die, ähm, Studios, die, die ganzen, ähm, ähm, ja. Es ist auf jeden Fall mehr als Mickey Mouse. Genau. Also du hast halt wirklich da... Die haben ja... Darf ich? Jetzt waren wir beide still. Ja. Rede, rede. Ähm, nee, auf jeden Fall sind das sozusagen die Studios, sozusagen, die sie halt, ähm, also von Disney sind, wo du halt dann alle, wirklich jeden einzelnen Film, die halt jetzt von Pixar gemacht sind oder von Lucasfilm, von Blue Sky, von Marvel, hast du alle dann in diesem Disney Plus drin. Also wirklich alles, was irgendwie mit Disney in Zusammenhang besteht, hast du dann, ähm... Ähm, ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber wer genau ist Blue Sky? Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Animationsstudio. Das sagt mir gerade nicht viel. Okay. Also ich habe es auch nur so am Rande mitgelesen, aber es ist auch so was, ich glaube, es ist so was... Ähm... Wann es die Unglaublichen? Das ist ja auch von Dings, äh, äh, Ding? Ich glaube, die haben da mitgewirkt. Ich glaube, es waren die Unglaublichen. Ich schaue gerade nebenbei meinen Namen. Ähm, ich erzähle mal. Ah, die haben Ice Age gemacht. Oder Ice Age. Dann war es Ice Age. Auf jeden Fall haben die da, äh, auch ein paar Filme definitiv, äh, schon rausgebracht. Ah ja, cool. Mm-hmm. Ice Age mag ich. Und das Ding ist jetzt zum Beispiel, ähm... Du hast halt jetzt, um mal sozusagen das Thema kurz ins Rollen zu bringen halt, du hast halt extremst viele Streaming-Anbieter jetzt, ne? Weil du hast jetzt zum Beispiel mit Apple TV Plus kriegst du auch nochmal einen Streaming-Dienst. So. Und Apple geizt natürlich nicht mit Geld und Namen, sondern die haben sich dann wie J.J. Abrams an Land gezogen, die haben sich Steven Spielberg an Land gezogen, ich glaube Jennifer Aniston haben sie sich auch irgendwie geholt, um halt mit denen irgendwie, ähm, ja, Produktionen ins Laufen zu bringen. Mm-hmm. Und halt da irgendwie, ja, was auch immer zu machen. Und ja, dann hast du halt wirklich, du hast halt Sky, Netflix, Amazon, dann kommt noch Disney dazu und halt gegebenenfalls sogar Apple TV. Ähm. Ich glaube Universal oder so will die auch noch machen. Die wollen ja auch noch eins machen, das steht zwar noch so in den Sternen, aber ähm, mit Disney Plus ist ja sozusagen ein offizielles wirklich angekündigt. Ja. Und da hast du halt wirklich einfach, äh, fünf, sechs, äh, Streaming-Dienste, die halt sozusagen, ja, auf dich zukommen. Wenn du halt wirklich alles gucken willst, auf nichts verzichten möchtest, ja, brauchst halt sozusagen. Ja, gut. Alles. Weil ich glaube alles, was mit Disney zu tun hat, wird dann sozusagen von Netflix runtergenommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, gut, klar. Weil, weil... Ja, gut, klar, bei ihrer eigenen. Genau. Das heißt, alles, was irgendwie bei Netflix ist, was mit Disney zu tun hat, weg. Und das sind ja schon ein paar hundert, ne? Genau. Es gibt ja, glaube ich, in Amerika gibt's ja auch noch HBO To Go oder so. Ja, genau, ja, genau. Hulu. Ja, Hulu, genau, Hulu, ja, genau. Das ist schon, ja. Also, es ist halt schon, äh, gut, man muss doch sagen, es kostet jetzt in einer anderen Kursie nur sieben Euro pro Monat. So ähnlich wie halt Amazon, ne? Pro Monat. Halt für eins, ne? Das ist halt das Ding. Ja. Dann ist halt sozusagen, das ist halt dann... Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt auch so ähnlich wie bei Netflix ist, von wegen sieben Euro, dafür hast du dann, keine Ahnung. Drei Geräte oder halt dann zwei, drei Leute oder zwei Profile, die du das halt teilen kannst oder so, das weiß ich nicht. Weil, wie bei Netflix, dass halt man sich halt sozusagen schnorren kann. Naja, wobei bei Netflix, also erstens, es wird ja jetzt wieder teurer. Ja, da gab's auch ein Riesenaufschrei, ja, ja. Glaub ich nochmal um ein, zwei Euro auch in Deutschland. Riesenaufschrei. Weil, also das Basic-Ding kostet, glaube ich, momentan acht Euro. Oder 7,99 Euro oder 8,99 irgendwie. Und dann gibt's das normal, also das HD-Ding gibt's, glaub für 12,99 Euro momentan. Und das wird jetzt auch wieder ein, zwei Euro teurer. Ja. Oder 4K, genau. Das kostet auch noch mal ein bisschen mehr, das kostet dann auch noch mehr. Und die wollen ja anfangen, das aber zu unterbinden, dass man jetzt jedem seinen Account sharen kann. Ja. Die wollen das ja irgendwie familienintern, wenn dann halten. Und ja, es ist halt, klar, für einen so Dienst zahlen ist okay, aber wenn du dann halt echt auf alle verteilt bist. Ja. Und ja, als heutiger Junkie oder so, Serien-Junkie, du brauchst ja das dann. Eben, ja. Weil ich denke, mehr ist schon geil, ich will Disney Plus haben, allein weil da eine Star-Wars-Serie läuft. Wollte gerade sagen, die ganzen neuen Star-Wars-Sachen werden dort laufen. Also, ich weiß nicht, ob die Clone Wars, wird die wahrscheinlich auch dort laufen, ne? Die neue Staffel dann. Bestimmt, bestimmt. Die wird dann wahrscheinlich auch laufen, ne? Die ganzen, das Mandalorian. Mandalorian, genau. Die ganze andere, die Filme bestimmt. Ja, sowieso, klar. Wie sagt, Lukas-Film ist ja auch da. Die ganze Marvel-Filme. Ja. Ich weiß nicht, wie es mit den Marvel-Serien an sich ist, weil die sind ja eigentlich, sowas jetzt wie Jessica Jones und so, sind ja Netflix-Produktionen. Ja. Aber es ist ja eigentlich Marvel, deswegen, ich weiß nicht, wie das dann gehandhabt ist. Das ist doch eine gute Frage. Auch sowas wie Ancient of S.H.I.E.L.D., ne? Das ist ja auch eine Fernsehserie, die ist auch von Marvel, aber klappt, ist die bei, ne, welch war das? HBO? Gibt es nicht bei Amazon sogar? Die kannst du auch bei Amazon gucken. Ja, ja, also die ersten drei oder vier Staffeln, kannst du mal gucken. Aber ich meine, das ist ja eine Produktion, von welchem Sender das produziert ist. Das ist ja Marvel. Achso, keine Ahnung. Ist ja zu sagen, der Hintergrund davon klappt, die wird halt dann auch von einem ganz normalen, sowas wie HBO oder was auch immer, irgendwelches Fernsehsender steckt da hier auf jeden Fall hinter, genau. Ja, auf jeden Fall ist halt, ja, du hast halt wirklich, kommst dann wirklich auf ein, zwei, drei, mindestens drei, wenn nicht sogar vier Streaming-Dienste, die du halt bezahlen musst, in Anführungszeichen, um halt alles zu bekommen. Und das ist dann irgendwann, ja, ich glaube auch für jeden normalen Menschen, wo man sagt, gut, dann verzichte ich halt auf das und das, aber hat dann, ja. Vor allem, weil sich ja immer die Preise erhöhen, also zumindest jetzt bei Netflix, bei Amazon ist das ja eigentlich nicht so. Die haben es, glaube ich, mal erhöht, Amazon Prime, als dann die Musik und so mit dazukam. Ja, genau. Wobei ich, ich finde sogar, Musik ist da ein gutes Beispiel. Es gibt ja auch ganz viele Musik-Streaming-Anbieter. Die kommen auch mal dazu, ja. Spotify, Deezer, Diese, äh, hier Apple Music gibt's ja auch. Ja, genau. Dann hast du ja Amazon Music, stimmt, oder Prime Music oder wie auch immer das heißt. YouTube jetzt auch noch. Ja. Aber da ist es ja, eigentlich egal welchen Anbieter du hast, du hast ja deine Musik. Sowieso. Also, klar, ja. Da unterscheidet sich, gut, ein paar Künstler unterscheiden sich dann, die sind nur da oder nur da. Gut, klar, aber so. Und das meiste ist halt die App oder der Anbieter an sich, der sich unterscheidet. Und das fände ich halt cool, wenn es auch bei Videostreaming so wäre. Ja. Dass ich jetzt nicht entscheiden muss zwischen, habe ich jetzt Netflix, habe ich jetzt Disney Plus, habe ich jetzt Amazon oder Sky, stimmt, Sky gibt's auch noch. Ähm, sondern dass du halt sagst, okay, dann zahle ich von mir aus auch einmalig 20 Euro im Monat. Hab aber alles. Aber hab das ganze Angebot. Ja, ja. Aber hab Netflix offiziell, weil mir da halt das Design besser gefällt. Genau, ja. Es gibt ja Sky Q oder wie das heißt, wo Sky und Netflix ist. Das ist jetzt so ein neues Zusammenkunft oder sowas, ja. Auch für 20 Euro hast du dann Netflix und Sky zusammen, genau. 20 sind's, glaube ich. Ich glaube, es sind 20, ja. Ich weiß nicht, ob man da alles hat. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, man hat nicht Zugriff auf alles. Ich glaube, bei Sky hast du dann wahrscheinlich auch Entertainment auf Serien wahrscheinlich. Vielleicht Film noch. Aber du hast ja irgendwie, du hast ja auch fünf verschiedene Tickets bei Sky. Du hast ja irgendwie Entertainment für Filme, für Serien, für Sport, für was auch immer. Ich meine, ich verstehe, warum man jetzt Sport und Events anders macht als Filme, wegen Live und so. Natürlich, das ist, aber man kann so zweifelnd Pakete machen, ne, eben. So ein Sportpaket und ein ganz normales Event oder halt Entertainment-Paket, weil du prinzipiell, wenn man schon mal dabei ist, du hast ja mit The Zone und Sky. Wollte ich gerade sagen, ja. Ja, ja. Die zwei großen Konkurrenten und du brauchst theoretisch gesehen, wenn du wirklich alles an Fußball gucken willst, brauchst du beide. Weil alles aufgerechnet ist. Bei einem hast du halt dann da die ersten zwei Champions-League-Spiele, beim anderen hast du die anderen beiden. Dann hast du da die einen Bundesliga. Das muss keine GEZ-Zahlen, weil auch manchmal was im Fernsehen kommt. Dann hast du die Öffentlich-Rechtlichen auch noch dazu. Aber im Fernsehen läuft ja nichts. Also im Öffentlich-Rechtlichen läuft ja dieses Jahr, ich glaube, zwei, drei Spiele oder so. Habe ich jetzt mitbekommen. Also ich glaube wirklich, also Champions League läuft ja gar nicht mehr im Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube nur, nur wenn deutsche Beteiligung ab dem Halbfinale wäre. Irgendwie sowas, dann müssen sie noch, genau. Und das WM-Finale auf jeden Fall. Genau, ja. Das muss irgendwie jeder haben und ansonsten, ich weiß nicht, wie da die Einigung und Regelung ist. Auf jeden Fall bist du ziemlich dieses Jahr katastrophal am Arsch. Weil sonst, weißt du, wie das Champions League konntest du letztes Jahr alles noch ganz normal im Öffentlich-Rechtlichen gucken. Zumindest auf jeden Fall die deutschen Spiele, also die deutschen Vereine. Und ja, dieses Jahr gar nichts. Da hast du das alles auf Sky und The Zone aufgeteilt. Und wie gesagt, du brauchst halt entweder beide, um halt wirklich alles zu gucken. Weil es kann sein, dass du das eine Halbfinale-Spiel von, nehmen wir mal, keine Ahnung, halt Dortmund in der Champions League bei The Zone gucken musst. Aber das Viertelfinale hast du halt bei Sky gehabt. Zum Beispiel, irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Oder halt das DFB-Pokal oder so. Ja, Pech. Ist halt schon echt heftig, dass du so, ja. Ja, das so wird es halt auch bei Serien und Filmen vielleicht werden. Ja. Weil dann jeder alles. Noch verstreuter. Ja. Ja. Da gibt es ja noch viel mehr. Ja. Und das ist halt, ja, ihr habt da keine Lust. Keine Ahnung. Und das ist halt, was mir aufgefallen ist, es gibt ja eigentlich, das war in den letzten Jahren immer wieder dieser Trend, auch von neuen Unternehmen, die viele Dinge in eins machen. Mhm. Weißt du, dass du nur noch eine App zum Beispiel fürs Essen bestellen hast, damit Lieferant und Lieferheld. Ja. Die beiden großen oder Pizza.de gibt es ja, glaube ich, auch noch. Mhm. Dass du. Hashtag keinen Sponsor. Einen Platz hast. Leider nicht, ne? Dass du halt einen Platz hast, wo du ja alles, wo alles zusammenkommt. Ja, genau. Ja. Und dass du eigentlich darauf zugreifst und das ist ja eigentlich so der Trend auch, hast du ja auch bei Streaming und so, du hast dann diesen einen Anbieter, diese eine App, wo du all das hast. Ja. Und jetzt geht es halt wieder auseinander, weil jeder halt ein Stück von dem Kuchen will. Das ist alles Ding. Also, ich sag mal so, es wird auseinander gehen, aber ich glaube, es wird dann auch irgendwann wieder zurückkommen. Irgendwann kommt es wieder zusammen. So, weil man merkt, okay, die Leute wollen nicht für zehn Anbieter bezahlen, die nehmen dann wirklich die zwei Großen oder drei Großen, mehr wollen sie halt nicht und dann stehen die Unternehmen da und denken sich so, gut, jetzt haben wir dafür investiert, aber wir kriegen das Geld nicht wieder rein, weil die Leute sich denken so, warum? Ja. Es kommt bestimmt auch noch Google mit irgend sowas noch im Zeitpunkt. Ja, Google finden auch. Aber dann, wenn es, ich glaube, die kommen dann, wenn es wieder zu spät ist mit Google Plus und so. Ja, deswegen ist das. Dann kommst du so, hey, Google, Google Streaming oder YouTube Super Premium. Ja, du kannst bei YouTube ja auch schon Filme gucken und kaufen, ne? Gibt ja schon auch sowas. Ja, gut, klar. Ja, gibt ja auch die YouTube Originals und wie das heißt. Genau, ja. Aber die machen bestimmt auch irgendwann sowas. Ja. Ne, was ich noch sagen wollte, du hast ja zum Beispiel jetzt auch Amazon, hast du eigentlich auch eigentlich tatsächlich alles, wenn man so alles mal nimmt. Weil du hast ja wirklich Musik, du hast Serien und Filme, die von Amazon zur Verfügung gestellt werden, die du halt gratis, wenn du Prime-Kunde bist, gucken kannst. Aber du könntest auch einfach sagen, ich kauf sie, weil Amazon ja auch eine ganz normale Kaufbibliothek hat, wo du sagst, okay, dann kauf ich mir den Film für, keine Ahnung, drei Euro oder leih den mir. Du kannst ihn auch leihen, ne? Für eine Nacht oder halt so 24 Stunden. Und dann hast du ihn geguckt. 48, glaub ich sogar. Und 48 kann auch sein. Ähm, kannst halt dann HD kaufen für drei Euro, guckst ihn halt dann, fertig, ne? Deswegen hast du, glaub ich, mit Amazon wirklich dieses Komplettpaket tatsächlich, wo du halt eigentlich alles... Hast du auch noch Bücher? Bücher, alles. Du hast ja wirklich alles da. Wie gesagt, die einen Sachen sind gratis, dadurch, dass du dafür bezahlst. Die anderen, die du halt nicht gratis haben kannst. Gut, dafür müsstest du halt nochmal drei Euro, fünf Euro oder sonst nochmal draufzahlen. Entweder ist es dann dein Film, ne? Dann ist es ja sowieso deiner, digital, ne? Kaufst ihn halt einfach, dann hast du ihn sowieso. Oder du leihst ihn halt für den halben Preis. Wie gesagt, kostet halt euch drei Euro für 24, 48 Stunden. Da hast du drei Euro, dann leihst du, guckst ihn halt zwei, drei Mal an, fertig. Dann ist er wieder weg. So, hast du ihn ja angeguckt, fertig, ne? Deswegen finde ich halt da Amazon so vom Gesamtpaket her. Echt so. Die machen es interessant, ja. Die machen es halt echt richtig, ne? Ja. Du hast in Prime, zahlt man, wie viel zahlt man momentan? 70 Euro im Jahr, glaube ich, ne? Ich glaube, 70 im Jahr, ja. Also knapp 5, 6, 7, ja. Bisschen weniger. Mhm. Und du hast von allem einen Teil. Das heißt, du hast einen Teil von der Musik, du hast einen Teil von den Serien und Filmen, du hast einen Teil, glaube ich, ich weiß nicht, wie es bei Audible genau ist, ob man da mit Prime auch was bekommt. Ich bin mir nicht sicher. Aber du hast eine kostenlose Mitgliedschaft und so, ja, da gibt es ja auch Prime-Kreditkarten und so. Ja, wie gesagt, auch wenn du halt ganz normal was kaufst, ne? Und wenn du halt ein bisschen was kannst willst, kannst du es noch dazu buchen. Eben, genau. Wie mit der Musik oder halt die Filme kaufen, genau. Also es ist schon sehr interessant. Ja. Aber wie gesagt, du bist ja, wenn du halt Prime-Kunde bist, dann hast du auch ganz normal diese Online-Kauf-Prime-Mitgliedschaft von wegen Same-Day-Delivery oder halt Preis-Günschen. Das ist eigentlich schon nebensächlich. Das ist halt wirklich so, das vergisst du halt schon, weil du halt mit Amazon Prime hast da halt wirklich alles. Du kannst halt bestellen und einfach dann so nach dem Bestellen, okay, ich habe mir jetzt mal eine neue Hose gekauft, keine Ahnung, eine neue Handyhülle und dann denkst du so, okay, guck ich mir halt den Film noch an. Ja. So. Wir können, weil die Zeit jetzt für das Thema gleich um ist. Einmal, du kennst doch Netflix und Chill. Ja. Oder? Na, natürlich. Da gibt es ja auch Amazon Prime und Hammer ihn rein. Was wäre denn ein guter Spruch für Disney Plus? Oh. Ui. Weil Disney Plus, Freundschaft Plus, das ist schon relativ leicht. Ich wollte gerade sagen, Freundschaft Plus wäre so das nächste, das mir auch eingefallen wäre. Oder Disney Plus Zungenkuss, sowas. Disney Plus. Oder fällt dir da irgendwas ein, so gerade? Ah. Weißt du, wir müssen ja schon mal jetzt vorbereiten, wenn Disney Plus dann kommt. Ja, das mit dem Freundschaft Plus wäre bei mir auch das, das, das. Das wäre das Simpsische. Das wäre wirklich das Typische. Was träumt dich denn auf Plus? Plus. Disney Plus, das muss. Ähm, ja, mit Fisten Schluss. Jetzt kommt Disney Plus. Ja. Fisten und. Also jetzt werden wir jetzt eigentlich, also jetzt können wir keine Werbung mehr schalten, ne? Ne, ne. Oder? Das müssen wir, das müssen wir halt rauspiepen. Theoretisch. Naja, nein. Ne. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Wir machen mal weiter. Gut, Thema 1. Wie gesagt, kann man auch noch sehr gerne ausbauen, ne? Das ist auch noch ein Riesenblase, dieses Streaming, aber in 20 Minuten haben wir das glaubt ganz gut mal drüber geschnackt, ne? Gut, also. Jetzt bin ich dran. Bist du dran, dann. Und zwar, du darfst auswählen, möchtest du erst das Gaming-relevante Thema oder das, ja, andere Thema, was ich jetzt keinem direkten Bereich zuordnen kann. Okay, dann nehmen wir jetzt mal das andere Thema. Das andere Thema? Das andere Thema, ja. Und zwar ist mein Thema Preisverleihungen. Ui. Was ich ganz interessant fand, jetzt auch, war ja der Deutsche Computerspielepreis. Ja. Mal wieder. Yay. Und die Oscars waren ja auch vor ein paar Wochen. Schon eigentlich. Stimmt. Stimmt. Ich finde halt, dieses Thema Preisverleihungen, braucht man das. Also, das ist, was ich mich gefragt habe, weil es gibt ja mittlerweile für alles eine Preisverleihung. Also klar, du hast die großen Dinge für Filme, für Serien, du hast es für Musik, du hast es dann in jedem Land nochmal für die Dinger, du hast einen Sportler, dann einen speziellen Sportler, also einen Fußballer des Jahres und sowas, dann hast du ja auch, es gibt ganz viele Firmen, auch intern, so kleine Preisverleihungen, allein sowas wie Arbeiter des Monats oder so. Und ich frage mich halt, ob Preisverleihungen an sich, also was bringen die? Und ich meine jetzt halt vor allem die großen Preisverleihungen trotzdem noch. Weißt du, auch sowas wie jetzt mit dem Echo jetzt war oder hier der Bambi, die goldene Kamera. Bambi, die goldene Kamera, ja, genau, ja. Das Ding ist, also braucht man das unbedingt noch oder ist es halt mehr schon so eine Farce einfach geworden? Ich fand das ganz interessant. Ja, also, um mal sozusagen einzuhaken, um mal sozusagen meine Meinung dann kunden zu geben. Ähm, also brauchen ist glaube ich relativ, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite ist es vor allem, ist es halt Prestige. So. Ja. Preisverleihungen sind halt einfach Prestige. Da kommt man nicht drum herum. Weil, ich glaube, jeder freut sich halt, wenn da halt ausgezeichnet wird. Ob es jetzt wie, keine Ahnung, bei einem Jugendmusiziert-Wettbewerb ist, ne, weil du halt super gespielt hast oder ob du jetzt im Betrieb da monatsbester bist, weil du, keine Ahnung, die Quote erfüllt hast. Es ist halt schon so ein Prestige, schon von wegen, hey, ich habe meine Leistung gebracht, ich habe einen Erfolg oder sowas in die Richtung. Ähm, was, ich glaube, so für uns Menschen ist das halt normal. Weißt du, wenn man so hinkommt und sagt, hey, du bist der Beste, ist natürlich so, aha, guck mich an. Ist halt, danke. Ja, danke, ich weiß. Ich glaube, deswegen, das ist, glaube ich, so bei uns ist halt das Gang und Gebe halt dieses Prestige, dieses ausgezeichnet werden für den Besten, der Beste werden. Für manche, glaube ich, ist es auch so ein Ansporn, wenn es halt zum Beispiel jetzt im Sportbereich ist, Weltfußballer zu werden oder der Spieler des Monats oder Basketball oder wo auch immer, halt der Beste zu werden. Für viele ist es ja das auch der Ansporn von, ich will der Beste werden, um halt es allen zu zeigen. Ähm, deswegen, wie gesagt, ist es so, ich glaube, es ist so eine zweiseitige Medaille. Auf der einen Seite, wie gesagt, ist es eine coole Sache, weil halt auf der einen Seite ist es halt ein Ansporn, es ist trotzdem immer noch so eine Auszeichnung für gute Sachen, ne, wenn du etwas Gutes geleistet hast, dass du auch dafür belohnt wirst, zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, es ist halt, glaube ich, auch in die Jahre gekommen. So dieses immer und immer wieder, da gewinnen eigentlich praktisch immer noch die gleichen oder es sind halt immer wieder die gleichen Kategorien, die gleichen Nominierten, es sind irgendwie, ja, dann steht da jemand, der da durchführt von wegen, ja, hallo, schönen guten Tag, Moderation, super XY, das ist der Gewinner, ja, super toll, Ende des Abends. Das, so, deswegen ist es so, hm. Ja, also was ich dazu, also so meine Meinung jetzt ist, es kommt auch teils natürlich auf die Veranstaltung drauf an. Klar, natürlich. Und ich finde aber, dass so im Großen generellen diese ganzen Preisverleihungen mittlerweile eigentlich zum Teil auch eine politische Bühne sind, allen voran da natürlich die Oscars. Ähm, und das Ding ist, ich finde halt, woran macht man es jetzt fest, was das Beste ist und so. Wenn man jetzt mal zum Beispiel die großen amerikanischen Emmy, Grammy, Tony, Academy nimmt, das sind ja die vier großen Auszeichnungen. Den Bafta oder so, darfst du nicht vergessen, ne, der, äh. Ich wollte jetzt die nehmen, die halt auf Y enden. Und halt, ja gut, der deutsche Comedypreis natürlich. Natürlich, ne, ganz, ganz wichtig, ja. Gut, die deutschen Preise sind noch schlimmer, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich weiß nicht, wenn da so, aber. Ja, machen wir jetzt mal weiter. Ja, also, das Ding ist, ich finde halt, dass einerseits nicht mehr wirklich viel die Kunst im Vordergrund steht und klar, es ist auch schwer zu sagen, objektiv, was das Beste ist, weil das ist halt, klar, du kannst das, du kannst sagen, ja, das ist gut geschrieben und gut gespielt und super Licht und so, andere sagen, naja, das ist voll langweilig, ich schaue lieber Transformers. Geschmäcker sind halt da immer noch unterschiedlich, eben, ja. Das ist ja immer was Subjektive, aber trotzdem, es ist jetzt zum Beispiel, und das soll jetzt nicht blöd klingen oder so, aber mit Black Panther, ich glaube immer noch, dass der Film hauptsächlich einfach nominiert war, wegen der ganzen, ja, schwarzen Sache, wenn ich es jetzt mal ehrlich gesagt habe, das soll jetzt nicht beleidigend klingen oder so, ich meine es nicht böse, aber der war halt nominiert, weil der halt afroamerikanische Darsteller mitgemacht haben, fertig. Was eigentlich nichts Besonderes sein sollte, weil es eigentlich normal sein sollte, klar, Filmindustrie ist aber ein bisschen rassistisch und frauenfeindlich und so, aber das ist ein anderes Thema, aber das war halt hauptsächlich dieses Politische irgendwie halt, weshalb der dann da war und der hat ja nicht gewonnen, also. Ja, er hat schon Oscars genannt, ich glaube für Kostüme. Er hat was gewonnen, aber jetzt nicht bester Film oder sowas. Also Kostüme hat er, glaube ich, gewonnen und, glaube ich, Sound oder Titelsong oder sowas und, glaube ich, eventuell, genau, und, glaube ich, waren es sogar Visual Effects, war das, war der? Das kann sein, ja, ich habe leider das nicht mehr im Kopf. Also, zwei oder drei Oscars hat er für so, ich nenne es mal Nebensachen, also Kostüme und Soundtrack oder sowas haben sie auf jeden Fall bekommen, also, klar, ist cool. Ist jetzt egal, der Film an sich, aber. Ich weiß, ich weiß, was du meinst, dieser Hype in Anführungszeichen, oh mein Gott, es sind Schwarze, lass uns die auszeichnen, weil, naja, sie sind halt schwarz. Da müssen wir halt cool dastehen, weil wir schwarz ausgezeichnet haben. Ich hänge mich jetzt nicht an dem Film, wie gesagt, allein auf. Nee, nee, klar. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, irgendwie. Aber ich finde halt, dass dieses ganze Preisverleihungsding, und das ist vor allem in Deutschland, ja, wobei, nee, da ist es ein bisschen anders, finde ich, aber es ist halt sehr eine Bühne einfach nur noch und irgendwie. Werbung zu machen, ne? Verkommt und verliert so dieses Ding einfach ein bisschen, was es mal war. Vielleicht, weil ich es als Kind anders wahrgenommen habe oder so, kann es sein. Und ich finde, in Deutschland ist es halt echt teils Ignoranz, teils komplett viel zu ernst nehmen. Ja, das ist das Ding. Ich sage, beim Deutschen Computerspielepreis, die stellen da irgendeine Frau hin, die keine Ahnung von irgendwas hat, einfach nur die Leute beleidigt und kompletter Schwachsinn. Und dann gibt es halt auch noch den Deutschen Comedypreis, der halt jedes Jahr einfach Mario Barth ehrt und noch ein paar andere. Und dann mit dem Echo, das war ja auch so ein Ding. Echo ist jetzt offiziell eingestellt, ne? Der ist vorbei, ja, nach den ganzen Rassismusvorwürfen auch. Ähm, die, die dann halt, also die haben das ja zum Teil auch gemacht, einfach um wieder Leute zu kriegen. Ja. Es ist halt alles einfach scheiße gelaufen. Es ist halt so verklemmt, einfach so richtig spießig halt, so viel zu ernst genommen. Nicht so dieses Lockere, wir verteilen Preise, wir ehren Leute, haben Spaß, sondern ne, ne, das muss ja alles wirklich seriös sein, weil, ja, weil, weil, warum? Ja. Weil Preis halt, ne? Ja. Es ist ja was Ernstzunehmendes. Ja, klar. Und das Ding ist, ich find's halt nicht ernstzunehmend, weil ich find, man sollte entweder das einfach nach den Zahlen und Fakten machen, was halt dann nicht sonderlich spannend wär, klar, dann ist halt das beste Album von, ich weiß jetzt nicht, was das meistverkaufte Album war, vielleicht sogar Helene Fischer, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Und hier, äh, bester Film ist dann Endgame oder so. Und dann ist es halt nicht spannend. Oder man macht halt einfach eine Abstimmung. Ich wollt grad sagen, halt eine wirkliche. Also nicht von irgendeiner Jury, die da sitzt und so, sondern wirklich einfach nur komplett. Community. Es gibt ja auch die People's Choice Awards. Genau, ja. Die gibt's ja auch. Ja. Und einfach sowas. Ja. Gibt's ja auch. Wirklich von Außenstehenden halt, von den Leuten, die es mögen. Also wirklich die, wie heißen sie, die Zuschauer, halt wirklich die Konsumenten, die halt dann wirklich sagen können, okay, der Film, den fand ich am besten, da fand ich die Effekte besser, da fand ich, was weiß ich, besser. Und dementsprechend halt dann sozusagen abstimmen, wie halt bei den Kids Awards. Ja, genau. Da kannst du ja wirklich für deinen Lieblings- Gibt dir ein paar. Glaub ich, es sind ja auch die Emmas, glaube ich, da diese European Music Awards. Das kann sein. Wollen wir abstimmen zum Teil, weiß ich gar nicht. Und so, finde ich, hat's dann noch einen Wert. Klar, das ist dann auch alles manipulierbar und beliebteste Person ist, keine Ahnung, Kylie Jenner dann, weil die halt mehr Leute wählen. Klar. Aber hey, es wäre dann demokratisch in dem Sinne und ist halt so. Ich weiß nicht, ich finde, die Dinger haben, also so eine Preisverleihung, gut, die Verleihung an sich ist sowieso meistens, kommt, wie gesagt, drauf an, welche Verleihung es ist, aber oft sind sie so ein bisschen steifer. Und dann gibt's halt eine Afterparty. Also dieses Ganze, was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist roter Teppich, muss ich sagen. Gut, ich bin ein Mann, übrigens. Mir ist es scheißegal, was die anhaben, aber ich finde es halt echt oft extrem nervig und dumm, diese ganze Vorberichterstattung. Dann drei Stunden davor, da laufen die Leute und das geht gar nicht und so. Ja, okay, also ich habe jetzt nichts gegen den roten Teppich. Also wenn ich selbst draufstehe, ey, alles cool, ne? Ähm, aber ich weiß, was du meinst, wenn du jetzt die Oscars gucken willst, dann, ja, drei Stunden lang da Leute, die sich für sich selbst Werbung machen, die dann für den Werbung machen. Ja, das hat auch so wichtig genommen halt, ja. Ich meine, klar, ein Interview davor und so, okay, aber warum muss ich denn dann über irgendwelche Leute herziehen, weil die haben den Fail des Jahres, weil die haben eine Jeans getragen, mit der Brille, die gar nicht geht, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus, es tut mir leid. Ähm, ja, wie gesagt, Preisverleihungen sind halt wirklich so zwei Seiten der Medaille. Oft, wie gesagt, ja, es hat halt wirklich diesen Reiz verloren, den es halt mal hatte. Wirklich dieses, boah, ich bekomme einen Oscar, ja. Klar, für viele ist das immer noch die Auszeichnung überhaupt, ne? Du hast einen Oscar ja gewonnen. Aber dieses, dieser ganze Hintergrund mittlerweile, der dahinter steckt, dieses ganze, hm, und ja, also, hm, weil, also wenn man jetzt wirklich den Beispiel nimmt, weil für den, den DiCaprio-Oscar, ne, für The Revenant, ne, muss man ganz klar sagen, er hat nicht den Oscar bekommen, weil The Revenant der beste Film war, wo er gespielt hat, sondern weil der Aufschrei einfach so groß war, warum er immer noch keinen verdammten Oscar gewonnen hat. Das war der einzige Grund. Ja, das ist mehr so ein Lebenswerk, den glaube ich auch. So, das ist halt wirklich, weil der Aufschrei und die Jury dachte so, okay, hm, vielleicht sollten wir jetzt mal lieber den den Oscar geben, weil sonst kriegen wir noch einen Shitstorm ab. Ganz klare Sache, also, also ich habe den Revenant-Film nie wirklich gesehen, tatsächlich, aber... Schon ein guter Film. Also, er ist ein guter Film und DiCaprio war auch sicherlich sehr gut, aber es gab definitiv Filme, wo er definitiv besser und herausragend war, wo er, man hätte sagen können, dafür gibt's den Oscar. Stattdessen hat dann, was auch immer, wie auch immer dann, so alt, um mal zu sagen, dass das... Grape verdient. Soviel, ja. Eigentlich. Da, um mal zu sagen, das Hintergrundbeispiel zu nehmen, was halt die Oscars mittlerweile so an... Ja. Ja, wo halt dann so... Ja, eben, eben. Das geht jetzt ziemlich gegen die Oscars, ne? Voll gegen die Oscars. Aber, sag mal, also allgemein, die, die Preisverleihung haben wirklich halt, wie gesagt, an Wert verloren. Einfach dieses Prestige, dieses, ja, super, ich habe jetzt einen Preis gewonnen, yay, der kommt dann in die Vitrine, wo die anderen 20 schon stehen. Toll. Cool. Ja, es ist halt auch, die ganzen Musik-Awards, ich weiß nicht, die sind halt auch, gut, wie gesagt, der Echo, den kann man ganz vergessen, aber es gibt auch viele, wo dann irgendwelche Leute gewinnen und du denkst, hm... Warum? Was, was ist... Okay, aber wer ist das jetzt, warum ist das jetzt das Album des Jahres? Ja. Okay, der hat dann die und die Millionen Streams und, ja... Gut, das System Charts ist auch eigentlich komplett am Arsch. So, die deutschen Charts, die sind ja... Also... Ja, komplett... Ja. Das sind 90ern. Wenn die 90er noch drin wären, wäre das geil. Dann wären wir doch wenigstens gute 90er-Mobie, ne? Das, das... Ähm... Ne, aber so, dieses System, aber gut, Charts ist wieder... Ja, also es ist... Es ist... Weißt du, die Preisverleihungen, wie gesagt, es ist... Es hat den Reiz verloren, tatsächlich. Also, es ist nicht mehr das, was es halt mal vor ein paar Jahren war, wo du wirklich sagst, boah, ich hab jetzt diesen Preis bekommen für das und das, sondern, ja. Das Problem ist auch, dass, also, wenn wir jetzt nochmal die Oscars nennen, die ganzen Oscar-prämierten Filme in Deutschland erst dann um die Zeit anfangen oder danach erst ins Kino kommen oder kurz davor und man kriegt die gar nicht so richtig mit. Die sind in Amerika vielleicht voll der Erfolg und so, aber... Ja. Ich juck's halt keinen. Es ist halt eine amerikanische Veranstaltung, die mit uns Deutschen eigentlich nichts zu tun hat. Ja. Aber trotzdem rennen da irgendwelche deutschen Promis rum und denken sich so, ha, ha, ich bin bei den Oscars. Ja, hey, aber Steven Ketjen hat das immer cool gemacht. Ja. Man muss sagen, der war immer der Beste an den Oscars. Hashtag sponsert, ähm, Ketjen Fashion. Genau. Keine Ahnung. Ja. Ich würd sagen, wir machen weiter, oder? Ja. Aber, ähm... Ich glaub, wir haben das abgehakt. Auf jeden Fall sehr interessante Sache. Ähm, ist auf jeden Fall eine Diskussion wert gewesen. Wir können auf jeden Fall mal eine eigene machen. Das, also Preisverleihung können wir, glaub ich, auch echt noch mal komplett auseinander pflücken. Was, was so... Nee, ich mein, wir machen eine Preisverleihung. Achso. Für uns gegenseitig. Bart des Jahres. Und eine Nicht-Bart des Jahres, ne? Die, die weicheste Haut. Oh, ja. 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 Da, da hab ich noch eins. Genau. Ähm. Jetzt auch... Bin ja gespannt. Ähm, wenn wir schon bei den Oscars sind, kann man so eine kleine Überleitung dahin machen. Oh nein. Und zwar, also ist es, wie gesagt, es ist eigentlich auch ein größeres Thema, aber man kann's auf jeden Fall mal ein bisschen anschneiden. Und zwar in der heutigen Zeit CGI, SFX, etc. pp. Computer-animierte, äh, Effekte. Sind ja heutzutage gang und gäbe. So, das ist ja heute wirklich, ja, du weißt halt heutzutage schon gar nicht mehr, was ist echt und was ist Computer-Dominiert. Ich mein, wir sind ja eigentlich auch Frauen, die unsere Stimme halt ändern. Ich weiß, ich hab vorhin gesagt, ich bin ein Mann, aber das war ja verarscht. Das war ein CGI. Jetzt verwirrst du unsere Zuhörer. Jetzt sind sie komplett verwirrt. Ich wollt was Blödes sagen. Ja. Ja, red weiter. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, heutzutage, da hab ich halt, wie gesagt, vor, hab ich schon mal gezeigt, dieses eine Video da, ne, wo du halt wirklich nicht mal wusstest, was ist CGI und was ist echt. Von wegen, wie der komplette Tennisplatz war, ähm, computer-animiert, die Leute, die da drauf standen, waren aus dem Computer, ähm, oder halt der Strand, wo sie sich halt befunden haben, war nur zur Hälfte echt und der Rest war alles komplett computer-animiert. Ähm. Ja. Und ich find's halt auf der einen Seite schade, sowas wie, zum Beispiel jetzt mal, weil als positives Beispiel, in Anführungszeichen positiv ist, sowas wie Mission Impossible, ja. Dafür, der Tom Cruise legt ja noch sehr, sehr viel Wert auf echte Stunts, auf echte Locations, auf viel Realitismus sozusagen, um halt zu sagen, dass es so echt und... Realität heißt das übrigens nicht. Lass mich. Realitismus. Oder Realismus geht auch noch, aber... Realitismus? Gibt's nicht? Vielleicht hab ich's auch noch. Es gibt nicht Realitismus, nee. Nee, Realismus. Realismus, ja. Ähm. Ja. Egal. Schönes Wort. Äh, schon wieder ein neues Wort erfunden. Ähm. Ja, auf jeden Fall legt er halt darauf Wert, dass es halt echt, echt aussieht, gut aussieht und halt nicht alles aus dem Computer irgendwie, ähm, hingeklatzt, sondern das Motorradfahren ist echt, keine Ahnung, er hängt sich an den Helikopter und fliegt da halt durch die Gegend und das ist ein echter, verdammter Helikopter. Ähm, jetzt beim neuesten Fallout ist er aus dem Flugzeug, wie viele hundert Mal er gesprungen? Also wirklich aus dem echten Flugzeug, damit dieser Shot so echt wie möglich aussieht, weil er halt im Film auch rausgesprungen ist. Ähm. Ich glaub, der ist einfach zu blöd, sich selbst umzubringen. Der probiert's einfach immer wieder, aber schaff's nicht. Ähm. Ja, und wenn jetzt, genau. Und dann hast du zum Beispiel als Gegenstück sowas wie das Dschungelbuch, war das das Dschungelbuch vor zwei Jahren, letztes Jahr, vor zwei Jahren? Ja, ach so, ja, ja, die, die, die... Die komplett animierte, also wirklich, wo alles außer dem Computer entstand, nur... Bis auf der Junge. Bis auf der Junge. Ja. Natürlich, es sah unfassbar gut aus, es war unfassbar schön und echt gut. Wenn man das überlegt, dass das alles außer dem Computer war und daran halt wirklich nichts echt war, außer dem Jungen. Aber das ist dann wirklich, wo ich sage so, alter, krass. Dann guckst du den Film und denkst dir so, oh, das haben sie aber ganz cool, sind da wirklich auf einer Insel gewesen oder sind sie da im Dschungel gewesen? Nö, nö, nö. Das war eine grüne Box einfach. Das war einfach nur eine grüne Box. Ne? Ja. Ähm. Da bin ich so... Ich bin da wirklich zwiegespalten, weil auf der einen Seite feier ich es halt, wie krass die Technik fortgeschritten ist, was für Möglichkeiten und natürlich was für Vereinfachungen dadurch gemacht werden, weil du halt nicht mehr ewig Location suchen musst, nicht mehr irgendwie dafür Geld ausgeben musst, sondern halt dir all das halbe Budget einfach nur drauf geht, dass du halt einen Computertyp machst, der das kurz mal animiert, ne? Mhm. Bisschen modelliert, fertig ist die Sache. Das spart dir extrem viel Geld. Schaut halt so aus, wie du es möchtest. Eben, du kannst halt wirklich einfach so machen, wie du es möchtest, ähm, aber, weißt du, ich bin halt immer noch so ein Fan von, wenn du wirklich weißt, okay, die Schauspieler zum Beispiel sind wirklich vor Ort und, ähm, keine Ahnung, es ist halt, glaub, einfacher, was heißt einfacher, aber es kommt halt irgendwie viel atmosphärischer rüber, wenn das halt wirklich in einem Dschungel halt auch noch wirklich spielt, wenn du halt in einem Dschungel eine Szene hast, weil es einfach, glaub, viel atmosphärischer aufgefangen werden kann. Ja. Als jetzt eine grüne Box und da sind halt drei Leute drin. Ne, du, es ist halt, es ist halt wirklich so. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine schauspielerische Leistung, wenn du halt nur in einer grünen Box schlägst und das alles vorstellen musst, ne, dass es halt wirklich so ist. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich so. Aber ich bin da, wie gesagt, so ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, hast du, ähm, jetzt, das war ja auch die neue Serie da bei Netflix, das Love, Death, Robots gesehen? Ne, hab ich immer noch leider nicht angefangen, nie. Da ist ja auch vieles, also es ist ja auch alles animiert und gezeichnet und manches ja schon offensichtlich animiert, aber es gibt ja auch drei Folgen so, wo man sich immer mal wieder denkt, ist das jetzt echt oder ist das einfach nur CGI? Ja. Und das ist schon krass. Das ist halt, das ist halt so heftig, ne? Ja, es ist halt echt. Ja, also ich muss zugeben, ich persönlich hab's schon, man sieht schon, dass es nicht echt ist. Wenn du ein gewisses Auge dafür hast, dann merkt man's, ja. Es fehlt halt die Unperfektheit, weißt du, die, dieses, es ist halt alles so, wie es sein soll und es ist halt kein Makel. Ja, so glatt halt einfach, ne? Und das merkt man halt. Mhm. Ich denk, dass es, also es gibt ja dieses eine Bild, ich hoffe, das ist auch echt, da, ähm, vom ersten Hobbit, glaub ich. Ja. Wo, ähm, Gandalf alleine eigentlich im Greenscreen auch sitzt. Ja. Weil die ganzen Zwergendarsteller, die sind ja nicht echt Zwerge, sondern die sind ja auch bearbeitet worden. Und da hat er ja gesagt, und ich hab's gesagt, ich hoffe, das ist jetzt echt, aber ich hab's halt so gelesen, dass das eigentlich nicht der Grund und so geworden ist. Richtig, ja, doch, das, ja. Dass das einfach, dass es wirklich traurig macht halt, dass das alles nicht mehr so ist. Und ich find, das stimmt auch, weil ich find's einerseits auch irgendwie krass, was möglich ist, aber ich hoffe, dass sich das, so wie Zeichentrick halt, das eine bleibt und das trotzdem echtes, ähm, das Hauptding bleibt. Und klar, ich red jetzt auch von Menschenanimationen vor allem, weil du hast ja in jedem, du hast ja in jeder Komödie, hast du ja mittlerweile Effekte, was die Locations und so betrifft. Ja, eben, eben. Und ich kann's verstehen einerseits, weil viele Orte gibt's halt nicht. Klar, das ist halt wieder der Vorteil davon. Was man sich auch vorstellt und man braucht und das Witzige ist, wenn man echt, also wenn du dir einen Film anschaust, bei dem die Farbe und alles bearbeitet ist und du dann in die Natur gehst, es schaut halt echt nicht geil aus manchmal. Es ist halt echt oft trist. Ja. Deswegen, ich kann's verstehen, aber ich find's immer gut, wenn man jetzt auch hier wie bei Mission Impossible wirklich die Dinge echt macht. Ja, ja. Das ist ja auch so ein Christopher Nolan Ding auch zum Beispiel, der dreht ja auch immer sehr gern echt. Und ja, es ist klar, einerseits eine Verschwendung, dann so ein Ding zu bauen und in die Luft zu sprengen. Aber es sieht einfach cooler aus und hat auch einfach, es hat halt einfach mehr. Ja, es ist halt. Wie sagt das? Menschlicher. Menschlicher. Hier, wenn man das Hobbit nochmal, war es Hobbit oder war, doch, es war Hobbit. Das war Hobbit, ja. Der Erste. Da hat ja, der, der, ähm, Peter hat ja auch das, das eine Dorf, das Wasserdorf so zur Hälfte nachgebaut. Das war ja zur Hälfte trotzdem echt. So, wo ich sage, so eine gute Mischung, finde ich super, wenn da zum Beispiel wirklich die Dächer noch da sind, das Wasser und echt und so weiter zum Teil noch echt ist und dann, sagen wir mal, der Hintergrund noch dazu animiert wird. Okay, die können jetzt da kein riesen fucking Dorf da aufbauen mit 200 Häusern oder sowas. Okay, das ist vielleicht dann doch ein bisschen heftig. Aber wenn so wenigstens so die wichtigsten Punkte trotzdem noch echt sind, dass sie wirklich über diese Dächer gelaufen sind und nicht über irgendwelche komischen grünen Kissen, ne? Es ist halt wirklich so, ne? Ähm, dann finde ich das, das sah halt wirklich trotzdem gut aus, weil der Peter macht ja wirklich diese schöne Mischung aus, echt und CGI. Da ist er da, ähm, ganz gut dabei, diese schöne Mischung da zu finden. Ähm, um jetzt auch, ähm, mal bei den Beispielen zu bleiben. Ähm, wie immer, Marvel und DC sind ja auch momentan sowieso in aller Munde. Ja, die sind ja alle echt. Sowieso. Das sind alles echte Helden, ne? Wissen wir ja, die sind ja nicht echte Helden. Captain Marvel wohnt bei mir gegenüber, ist meine Nachbarin. Ah, ja, 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 die 70-Jährigen. Ähm, nee, auf jeden Fall, ähm, kann man, glaube ich, also finde ich zumindestens bei Marvel und DC diese krassen Unterschiede sehen. Wenn du zum Beispiel, oder während du bei Marvel zum Teil oder häufig noch diese Mischung hast aus echten Locations gepaart mit Greenbox oder Bluebox, wo halt dann zum Beispiel auch bei Black Panther, wenn wir wieder dabei sind, die haben ja auch wirklich auf einer grünen Wiese gedreht. Das muss man denen halt schon... Aber halt dann, keine Ahnung, riesengrüne, äh... Witzig, wie das, wie das klingt so, ey, sie haben immer eine echte Wiese vermisst. Ne? Aber haben halt riesengrüße, grüne, äh, Wände dahingestellt, um halt den Hintergrund zu animieren oder den halt reinzusetzen. Aber sie waren halt in keiner grünen Box, sie waren trotzdem draußen in der Natur. Das Gras war in dem Sinne echt. Ähm, es klingt total witzig, es klingt ja total witzig, ne? Ähm, aber wie gesagt, Marvel hat da so wirklich diese, diese, ja, Kombination, die ich halt ganz cool finde, aus trotzdem dieses Mischung. Und wenn ich jetzt mal wirklich das, die, die, äh, ähm, wie heißen sie? Wer denn? Die Sachen im, ähm, bei DC sozusagen die Sachen im, ähm, Behind the Scene. Das hab ich gesucht. Ähm. Ach so. Wenn du halt da kannst ja auch Videos halt gucken, wie halt die Filme entstanden sind. Und da hast du halt wirklich so häufig, dass sie einfach wirklich nur einer riesengroßen grünen Box gestanden haben. Klar, vielleicht so der bisschen der Boden war vielleicht, weil sie da irgendwie auf Steinboden gestanden haben, war das halt da. Oder vielleicht da stand halt irgendwie ein einziges Polizeiauto, aber der Rest war alles. Über der Wiese, aber die einen haben eine Wiese, die anderen haben einen Steinboden. Ja, ja, aber gut, die waren ja draußen trotzdem noch, ne? Die waren ja trotzdem draußen. Die waren in der grünen, in der grünen Box, die waren innerhalb eines Studios, ne? Ich weiß, das wird jetzt vielleicht, äh, 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 ein bisschen böse dargestellt, aber um mal sozusagen den Vergleich zu, äh, ich weiß, was du meinst, ja. Den Vergleich zu ziehen, weil, weißt du, hast du den ersten, hast du den ersten Avenger gesehen? Ja. Ja, weil da haben sie zum Beispiel auch in New York, da haben sie diese große, ähm, Brücke, wo die, ähm, wo sie dann kämpfen, ne? Und da ist sozusagen, diese komplette Brücke ist echt, die ganzen Polizeiautos sind echt, der ganze Schutt ist echt, ähm, sozusagen nur sozusagen die ganzen Häuser drumherum, in Anführungsgeschichten nur, sind halt animiert, aber da, wo sie stehen, ist alles echt mit Autos, mit Schutt, mit Feuer, mit, äh, was auch immer. Ja, ich glaube, es ist oft, ähm, auch im modernen Film, dass man vor allem den Boden und so die nahen Objekte oder sich, ähm, physikalisch richtig bewegenden Objekte sozusagen, ähm, dass man die schon da hat. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Szene hast, da gibt's auch ein Video auf so einer, ich weiß nicht aus welchem Film, das ist, das ist halt eine Brücke, wo eine Frau und ein Kind, glaub, langrennen und die stürzt halt zum Teil ein und die müssen da halt drüber und was springen und da siehst du halt, wie sie es gedreht haben, die haben halt die Brücke. Ja. Der Teil, der nicht einstürzt und so, halt gebaut. Ja. Und der Rest ist halt, ja, Greenscreen. Genau. Einfach da, wo es einstürzen würde, ist halt einfach grün, grüne Küste drunter und drumherum halt Greenscreen und so. Und das ist, glaub, oft, dass die Objekte, mit denen man interagiert, schon echt sind und der ganze Hintergrund und sowas, wo man jetzt, die man nicht berührt, wo man nicht draufläuft, ist dann leichter halt einzufügen. Ja, glaub, da muss ich ja, was heißt widersprechen, aber ist klar, es gibt solche und solche Beispiele, aber ich weiß, ich kenn auch so ein Video, ähm, da besteht die komplette Brücke auch nur aus Grün. Das ist halt eine grüne Brücke. Also da ist kein Geländer, sondern das ist halt so, sozusagen so ein grüner Boden halt. Dann hast du zwar so ein angedeutetes Geländer, ne, so eine Stange halt, die auch grün ist, ähm, und dann halt ein Loch, weil ich glaub, das war Final Destination, glaub ich, da kenn ich auch so ein Brücken-Video, ähm, ja, und da fällt halt so, dann war's ein anderes. Ich glaub, es war Final Destination, weiß ich gar nicht mehr. War aber auch ein schlechter Film, der fünfte. War's überhaupt der fünfte? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ja, sind, also ich glaub, es war, ich bin mir so nicht hundertprozentig sicher, ich kann auch wieder was Falsches erzählen, aber ich mein, es wär halt so ein Video gewesen, wo halt wirklich die Brücke auch komplett green war. Also, zwar in der Grünbox, zwar auch sozusagen angedeutet von wegen, dass du trotzdem auf etwas dich bewegst, dass du halt so ein gewisses, ähm, ein Geländer hattest und halt trotzdem diese Wölbung sozusagen, weil es ja sozusagen, ne, geht da so ein bisschen nach oben so. Ähm, aber es war halt trotzdem keine echte Brücke, sondern es war halt eigentlich, ja, grüne Kissen, wo du halt dich drauf bewegt hast, sozusagen. Okay. Also, ja, es ist halt, ne, deswegen, wie gesagt, es ist, ähm, gibt halt echt heftige Beispiele, wo halt wirklich so viel einfach nur noch aus dem Computer ist, ähm. Klar, es ist halt, manchmal ist es halt schon, du kannst halt nicht einfach eine Brücke in San Francisco in die Luft sprengen. So, klar, oder jetzt unter Wasser oder im Weltall. Ja, klar. Es hat halt schon seine Vorteile, aber wenn ich zum Beispiel lege von wegen, keine Ahnung, äh, auf einer, auf einer Insel drehen oder halt in einen Strand, ne? Nehmen wir mal auf einen Strand. Du hast so viele Strände auf dieser Welt. Das kann man ja machen. Mindestens zwei. Also, ich denke schon, ne, also wir haben den Nordsee und die Ostsee, ne? Kann man, kann man auf jeden Fall drehen, ne? Und die haben bestimmt auch nochmal jeweils zwei Strände. Eben, ne? Ähm. Du, das ist ein gut bedienter Mann. Du, äh, haben definitiv eine super Location. Und dieser ganze Deutschland hält ständig. Er muss sein. Ne, auf jeden Fall, ähm, ja, dann denkt man sich so, ey, da kann man dann sicherlich drehen. Das ist ja perfekt dafür, es gibt so viele schöne Strände und am Ende stellt sich halt raus, dass er irgendwie so, ja, halt, man ist zu einem Strand gegangen oder zumindestens irgendwie den Sand hingeworfen. So ein bisschen, äh, echte Location gehabt, aber alles andere hinten sind wieder so grüne Wände, die halt da standen. Und das, was sie eigentlich drin haben wollten, haben sie wieder rein armiert. Statt halt wirklich eine passende Location zu suchen, hat man sozusagen ein bisschen Sand genommen, den ausgestreut, wasseranimiert oder halt zum Beispiel so ein Möchte, also so ein Wasserbecken, Anführungszeichen, dargestellt und das war's. So ein aufblasbares, äh, Kinderbecken. Ja, ja, klar. Ne, aber das ist so krass. Das ist halt echt, wenn man sich so ein bisschen mit befasst und überlegt, so, wo man sich ein irgendwie so in den Film guckt und denkt, boah, das ist aber eine coole Location, ne? Boah, da haben sie ja, sind sie wirklich dahin gefahren mit allem. Da mach ich mal Urlaub. Ne? Und wie gesagt, am Ende stellt sich raus, ja, das war halt in der Greenbox. Ja. Naja. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr interessantes Thema, wie krass der Fortschritt war, wenn du zum Beispiel auch jetzt vergleicht, ne, mit damals, ja, wo dann, keine Ahnung, Charlie Chaplin Filme, der ja auch alles echt gemacht hat, bis diese dann mit Kameratricks gearbeitet worden sind, oder ist, ne? Ja, damals, damals war man halt kreativer, ja, sagen wir mal am Set, heute ist man halt deutlich kreativer in der Post-Production, also. Also, ich glaube, das war auch bei, bei, bei. Boah, das sind trotzdem gute Arbeiter. Klar, also bei Herr der Ringe zum Beispiel. Klar. Ähm, haben sie zum Beispiel auch getrickst, dass der, ähm, Gandalf, als er auf diesem, auf dieser Karre kommt, weiß ich nicht, ob er ganz am Anfang, ne, und sich dann links dazu setzt, dann haben sie das, glaube ich, so versetzt gemacht und die Kamera so positioniert, dass der einfach nur kleiner aussieht. Ja, von der Größe her. Genau, ja, aber es war einfach nur, einfach den präpariert zu sagen und halt weiter nach hinten versetzt, dass es so aussieht. Und zum Beispiel jetzt bei, bei, ähm, ich glaube Charlie Chaplin war es, war es Charlie Chaplin, ich glaube schon, ähm, da ist er in so einem, in so einem Gebäude und, ähm, habe ich letztens auch ein Video dazu gesehen, was ich mir dazu gebracht hat, ähm, und dann haben sie sozusagen, oder der läuft und steht sozusagen vor einem Abgrund. Aber dieser Abgrund in dem Sinne, also die haben, sind schon in einem echten Haus gewesen oder halt in so einem, also, ich glaube es war so ein Konzertsaal, wenn du halt sozusagen oben drauf bist und dann fällt es jetzt sozusagen, würde es ja runterfallen sozusagen, in den Saal runter, ne? Und er war halt irgendwie da oben, es hat die Treppen runtergekommen und da war halt sozusagen nur noch dieser, 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 dieses Geländer und dann haben sie sozusagen so ein Bild vor die Kamera gemacht, einfach so ein Bild, wo halt sozusagen dieser restliche Saal zu sehen war. Also total, total clever eigentlich, ne? Total clever eigentlich. Ähm. Ja. Aber wie gesagt, der erste Teil war alles echt, ne? Aber halt dann mit so einem ganz einfachen Kammertrick sozusagen so eine Glasscheibe davor geschoben und halt dann, wie, so eine, so eine, so eine, weiß ich, ob es gemalt war oder halt sozusagen als Folie da drauf gemacht, dass er halt sozusagen, es sieht halt so aus, als würde der halt wirklich da hingehen, aber theoretisch gesehen ist es trotzdem nicht echt, ne? Aber im Prinzip ist es ja das, was man jetzt ja auch macht, nur jetzt machst du es halt digital davor, ne? Es ist halt digital, ne? Aber es ist halt trotzdem krass, wie es halt damals, wo da zum Beispiel möglich mit Kamera und halt mit Bildern oder halt mit gemalten Sachen, äh, gearbeitet und heute machst du halt ein paar, äh, ja, Computer, äh, Klicks, um es mal abzu, äh, vereinfachen. Naja, also du gehst auf Machen. Genau, Klick, Klick, Klick und dann ist es da. Ne, also, ne, es ist, äh, krass. Ich, ich will dich nicht unterbrechen oder so, aber die Zeit ist um. Aber die 20 Minuten sind um, ja, ich weiß. Wie gesagt, aber ich hab so was wie CGI kann man tatsächlich mal auch, äh, noch ein bisschen ausführen, wie gesagt, so ein Vergleich von früher und heute. Könnte man mal machen. Könnte man machen. Könnte man machen. Haben wir ja jetzt. Haben wir jetzt mal. Tolle Sache. So. Auf jeden Fall, gut, dann hauen wir dein Thema noch raus. Ja, ich hab noch ein Thema, ich hab mir, äh, also ich hab zwei Themen. Mhm. Sogar noch. Mhm. Aber ich glaub, das eine Thema, äh, da müssen wir auf jeden Fall mal noch eine eigene Folge dazu machen. Ich weiß nicht, ob jetzt schon, ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon sagen soll. Hau raus. Hau. Äh, das heißt, Star Wars. Ah. Deswegen, da. Jetzt, jetzt hast du mich aber überrumpelt. Damit hab ich nicht. Ne, also, ich mein das nicht jetzt als Thema, ich mein das generell mal als. Ja, das kann man als, also, davon brauchst du eine eigene Folge. Also, für Star Wars. Weil, das dauert zu lang, ja. Ja, 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 ja. Ich, ich schreib's mal kurz auf, ne? Äh, Star Wars als eigene. Ja, ja, schreib's mal auf dem, auf dem Einkaufsseite. Ähm, ne, was ich mir überlegt hatte noch. Ja. Und das ist jetzt mal ein, äh, Gaming-relevanteres Thema. Nachdem wir jetzt ja eigentlich sehr viel filmisch wieder mehr unterwegs haben. Ich hab das erste schon wieder vergessen, muss ich zugeben. Oh, was war das erste? Aber egal. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ah, äh, Streaming. Ich hab's schon wieder. Ah, richtig. Streaming war's. Stimmt, ja, genau. Auch für mich. Ne, ähm, geht's jetzt mal wieder zum Gaming zurück. Und zwar ist eher ein kleineres Thema, aber das Thema ist Quests. Quests. Ah, ja. Quests, genau. Und zwar im Prinzip eigentlich, äh, ja, zwei, zwei Dinge. Und zwar einmal die simple Frage, was sind so Quests, die dir noch in Erinnerung sind? Oder hast du irgendwie eine bestimmte Lieblingsquests oder, oder einen Typen oder so? Aha. Und dann andererseits halt so modernes Quest-Design. Mhm. Und wie sich das halt vor allem durch Open World und sowas, nehm ich mal an, auch immer sehr verändert hat. Aha. Ich bin zu generischen und teils zufallsgenerierten Dingen. Ja. Deswegen, hast du denn irgendwie so Quests aus Spielen, wo du dich jetzt wirklich so noch erinnerst? Oder wo du, also du musst dich jetzt nicht eins zu eins daran erinnern, aber halt wo du dir denkst, ah ja, das war gut oder so. Ähm, also da fallen mir einige ein, tatsächlich. Mhm. Also, ähm. Nicht mehr als mir. Also, es fallen mir vor allem aus einem Spiel mehrere ein, sag ich mal so. Mhm. Ähm, das gute alte Witcher 3, ne? Ich glaub, das... Ah, okay, ja gut. Hab ich mir schon gedacht, ja. Ähm, natürlich. Also, da weiß ich zum Beispiel noch die, die, äh, Quest mit dem Werwolf, die weiß ich noch ganz genau, wie ich daran verzweifelt bin. Also wirklich, daran bin ich so verzweifelt, dieser Werwolf-Quest in so einer Höhle unter einem Haus. Ich weiß nicht, das ist unter einem Haus gewesen, in so einer Höhle. Ich hab dann diese Höhle nie gefunden und dann bin ich ständig gestorben, weil ich noch nicht gut genug war. Oh, glaubt mir, das war ein... Ah! Das war... Hui. Ähm. Und dann... Wie gesagt, also aus The Witcher 3 kann ich mich auch noch an sehr einige, ähm, Quests erinnern. Ähm. Ich überleg grad, die, 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 ähm... Also ein, äh, ich weiß nicht, spoilern? Kann man spoilern? Äh, ja, also ich glaub, Witcher 3 kann man schon drüber reden. Schon, genau. Mittlerweile schon, ja. Auf jeden Fall die eine Quest... Vorsicht, Spoiler. Vorsicht, Spoiler, ne? Haben wir euch gewarnt. Ähm, zum Beispiel die... Als wir in der, in der, in die Burg, ähm, Richtung Ende müssen, wo man dann zum Beispiel diese, diese Wellen kämpft. Ähm, gegen die, 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 äh... Äh, Dings, wie heißen sie nochmal? Die, die, die Wild Hunt. Genau, also die, 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 äh, äh... Die, die wilde Jagd. Ja, genau. Die, die, die Bösen halt, ne? Die haben noch einen bestimmten Begriff gehabt. Ja, die, die wilde Jagd heißt ja. Ja, ja, aber irgendwie hab ich noch einen anderen Begriff. Oder wie? Ähm, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, an die Quest kann ich auch noch sehr, sehr gut erinnern. Ähm, dieses Wellen und dann musstest du nochmal in die Burg wieder rein, dann musstest du da nochmal helfen, dann musstest du den Trank brauen und dann musstest du da wieder kämpfen. Ähm. Ja, ich weiß, ähm, auch aus, aus Witcher 3, das war auch, also ich glaub, das ist ja auch Ker-Mohen. Ker-Mohen, ja, genau, genau, genau. Das ist ja die, die Festung da. Ja. Da gibt's auch die eine Quest, die man auch verpassen konnte und zwar, das ist generell auch so ein, so ein Typ, den ich mag. Das ist so eine Quest, die hat nicht viel mit der Handlung zu tun. Aber das ist einfach so eine Feier-Quest, wo sie halt feiern, da sitzen die da und besaufen sich. Ja, die haben die auch gemacht. Und dann verkleiden sie sich halt auch als, als Hexen. Ja, 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 die haben die auch gemacht. Und rufen dann da an und du musst halt im Prinzip einfach nur, du schaust es dir halt einfach an, du läufst halt einfach mit und entscheidest halt, dass es weitergeht. Oh, ähm, muss ich gleich, gleich auch noch rein-catchen. Kennst du noch? Auch die? Ähm, da wurden so ein, so komischer Bär, ähm, auch da musste er, glaub ich, auch in deiner Festung ist er, zu Besuch. Bär, Bär, Bär. Und dann, da verwandelt sich doch irgendwer in einen Bär. Ah, ja, doch, irgendwer ist ein Bär, ja. Und das ist auch irgendeine riesige Fete und dann ist da so ein, sind alle besoffen und dann randaliert halt einfach so ein fucking Bär in diesem Saal. Ja, das war in Skellige, dieses eine von irgendeinem König. Genau, ja, da musst du da so ganz, ganz hochlaufen, ne? Genau, so ein Gestaltwandler, ja. Kann ich mich auch sehr gut erinnern, dass da irgendwie voll die Party war, auf einmal rennt da ein Bär rum und macht alles kaputt. Ähm, Witcher 3 ist schon, da, also, viele, viele. Ist halt das Paradebeispiel. Ist das, wollte ich gerade sagen, da kann ich mich an sehr viele Quests erinnern. Weiß ich auch, ja. Ähm, darf ich? Ja. Also, du hast ja mich gefragt. Kommt wieder Witcher 3? Nee, nee, ähm, weil, weil tatsächlich, weil Quests ist ja trotzdem immer noch so eine, so eine, viele verbinden ja mit einer Quest, sowas typisches wie, Witcher, ne? Wenn du halt so jemanden hingehst, eine Aufgabe bekommst und dann was erledigen musst, ne? Ja, halt eine Quest. Genau, eine Quest halt. Ähm, aber, äh, um mal sozusagen eine Gegenfrage daraus zu machen, weil zum Beispiel jetzt bei Wolfenstein, ne? Ja. Hast du ja auch eine gewisse Story, aber du kannst auch trotzdem sehr viele Sachen nebenbei machen. Ja. Und, ähm, zählt das sozusagen für dich dann auch als Quest, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, äh, was weiß ich, finde die und die, äh, wie sagten sie hier, so, 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 Also, ah, wie heißt das, ähm, Sammeln, das und das, Finden und so und so viel davon. Sammeln das und das. Das sind ja, das sind Sammelquests. Das sind so Sammelquests, ne? Weil, also, Quest ist ja im Prinzip einfach Aufgabe. Übersetzt, genau. Deswegen, ich zähl da eigentlich alles rein, was man zu tun hat. Und das, das meinte ich halt auch mit modernem Quest-Design. Es gibt in vielen Spielen, ähm, oft diese tausende Sammelaufgaben. Das ist ja in dem, in dem neuen Spider-Man-Spiel auch. Zum Beispiel, oder Assassin's Creed auch, ne? Also, ja, ja, in dem Sinne auch diese ganzen Festungen und so. Eben, sammel das da, mach das, ne? Aber da hast du, da hast du ja keinen Fortschritt, da hast du pro Festung immer so eine Quest. So, den ausschalten, den schalten. Zum Beispiel, ja. Das ist, oder halt, wie gesagt, bei Spider-Man ist ja auch alles vollgelatscht. Da 13 davon, da 13 davon, die Rucksäcke, das fotografieren. Gibt's ja immer öfter, das ist halt dieses Füller-Ding. Ja, Open World oder halt, ähm. Ja, vor allem Open World eben halt, ja, dieses. Das ist, und das ist, finde ich, Quest-Design, das ich nicht so gut finde. Klar, es kann auch, also man kann's immer mit drin haben, ist okay, aber dann hätte ich's halt immer gern gepaart auch an den Sinn. Und nicht, dass man da einfach halt rumläuft und der eine Typ halt da steht, hey, ich brauche zum Fischen noch 89 Rotwürmer. Hilf mir. Wer bist du? Warum? Ja. Was juckt's mich? Und bei Witcher gab's auch ein bisschen sowas, zum Beispiel. Ja. Witcher 3 ist viel zu gut. Es ist auch Summer 3, keine Ahnung, wie das alles nochmal hieß. Ja. Aber da brauchst du's halt für den Trank, weil dann passiert wieder was und davor schon was passiert, weil du findest diese Frau mit Wunden und bla. Ja. Aber was ich auch, ähm, um mal von Witcher wegzukommen, was ich auch coole Quests fande, zum Teil zumindest. War bei Borderlands. Mhm. Also vor allem Borderlands 2. Hat auch teils relativ stupide Quests vom Prinzip her, so, ja, töte die und die Banditen und das und das Lagerräume so. Aber immer gepaart mit einem coolen Charakter und einem guten Charme und Humor. Mhm. Hat aber auch eine Quest, die ich immer noch feier, ähm, weil's am Charakterlieg ist, nämlich Claptraps Geburtstag. Mhm. Wo man halt allen sagen muss zuerst, ähm, dass sie halt zum Geburtstag kommen und alle sagen halt nein und haben keinen Bock, weil der einfach nervt. Und dann bist du halt bei seinem Geburtstag und du bist halt einfach nur mit ihm und dann gibt's halt diesen Kuchen und dann steht man da halt so rum und feiert den Geburtstag. Oh ja. Und dann gibt's auch noch eine, das war auch mit Claptrap, die halt auch so anfängt, so, ja, hey, ich such den krassen Schatz, bringen wir 899.000, äh, braune Steine, erlege 429.000 Super-Rot-Drachen und ich, ich weiß nicht mehr, oh Gott, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gestoßen. Ähm, ich weiß nicht mehr, schneiden wir raus, ich weiß nicht mehr, ähm, wie's genau hieß und da war halt auch dieses ganz typische Quest-Design, weißt du, das sammeln, das töten, das, du musst aber bloß zum Schrank laufen, aufmachen und da hast du's schon. Also halt ein bisschen verarscht halt. Und ich weiß nicht warum, aber ich denk, wenn ich an Quests denke, oft an dieses Spiel. Hm. Ich weiß nicht wieso, aber es kommt einfach. Ja. Es ist halt, ich finde, das, gut, Quests geht ja oft auch einher mit Story. Eben, ne? Also find ich jetzt persönlich, so von der Motivation, das geht auch zum Teil ja ein bisschen verloren, von meiner Meinung. Also, aber, ja, um mal, ähm. Ich lass dich mal wieder reden. Ja, danke, sehr freundlich. Ähm, um mal, ich sag mal, wir sind so ein, so ein, so ein, also was heißt, schlechtes Beispiel ist jetzt falsch. Das ist, äh, definitiv, äh, wenn wir jetzt mal Red Dead zum Beispiel nehmen, ne? Red Dead 2. Hm. Ähm. Ähm, auf der einen Seite, es ist ein unfassbar detailreiches, grandioses Spiel. Und du hast ja auch Quests von wegen, sammel das da, bring mir das da, raub den aus, etc., pp. Aber das ist zum Beispiel so eins, es ist zu viel. Es ist unglaublich viel zu viel, das ist halt, du wirst halt wirklich erschlagen davon, ne? Ja, das, das, das Open-World-Syndrom einfach, ja. Es ist halt dieses, äh, wenn ich überlege, wie oft ich, ähm, wenn ich allein an die Postschatzung gehe, ne? Und von wegen, dass ich da irgendwie, da kann ich ja drei Tipps holen, von wegen Postbote ausrauben, Kutsche überfallen, sonst irgendwas. Oder wenn ich dann einfach durch die Welt reize und dann kommen mal Leute wie, finde 30 von diesen Grabungen. Finde 30 bemalte, äh, Steine und schick sie mir. Denke so, Digga, Alter, wo soll ich diese 30 bemalten Steine finden, Digga? Ich hab, äh, hä? Als ob ich mich jetzt auf die Suche mache, diese Steine zu finden. Wenn ich eine halbe Stunde brauche, um von A nach B zu kommen. Ah! Ne? Also, um das mal so als, als schlechtes Beispiel zu nehmen, weil das ist, boah. Das ist in vielen, das ist, äh, auch bei Assassin's Creed, auch gerade jetzt bei den Neuern, bei Odyssey, bei Origins. Mhm. Du, es gibt halt, äh, es gibt ja verschiedene Regionen und es gibt ein paar Regionen, da kommst du halt rein, dann hast du da drei, vier Quests und so. Die führen vielleicht nur zu zwei nochmal Neueren, aber es ist irgendwie cool gemacht. Ja. Ja. Und macht irgendwie Spaß. Aber ich rede jetzt nur von den größeren Quests, du hast Millionen gefühlt von, äh, der ist blöd, töten. Äh, mir hat jemand was gestohlen, töte den. Und so. Du kannst, da gibt's jede Woche irgendwelche neuen Dinge. Live-Events. Da gibt's jeden Tag irgendwas neues Dingsbums und dann gibt's aber Gebiete, da kommst du rein, da sind auf einmal zehn Quests, ähm, die führen nochmal zu zehn Neuen und das sind alles. Aber so Dinge, so, ich mag die da nicht, bring mir drei von ihren Abzeichen. Und dann bringst du ihm halt diese drei Abzeichen und sagst du, mhm, bring mir noch drei mehr. Willst du das machen? Klar. Bringst du es ihm wieder? Ja. Mach mal noch drei mehr. Toll. Beide bin ich noch nicht. Ja, ja. Aber es ist halt. Es ist halt krass, ne? Alter, ich will das nicht. Ich will halt, mir reicht's dann eine Quest-Reihe einfach, die mir aber Spaß macht. Ja. Es muss doch nicht alles, aber das ist halt dieses Ding, dass alle, wir ja mittlerweile drauf gehen, ganz viele Quests und ganz viel auch Generisches, damit die ja bei uns bleiben und dann, wie du schon sagst, diese Live-Events und dann da eine neue Quest und jetzt töte den und bring drei davon um. Dann bekommst du das Schwert der Woche. Ja, du hast ja zum Beispiel jetzt auch, ähm, ähm, wenn man auch zum Beispiel Destiny nimmt, das ist ja auch ein Quest-Spiel, ne? Mhm. Ähm, aber es ist zum Beispiel halt ein Koop-Spiel, da gab's dann auch wirklich dieses Live-Events und triff dich jetzt hier mit deinen Kumpels und mache dieses Event oder erfülle diese Quest. Ah, die, die Dinger meinst du, ja. Ähm. Weil man kann's auch allein machen. Klar, man kann's allein machen, aber es ist dann so, äh, geil. Stirbt halt. Das ist halt langweilig, ne? Aber es ist zum Beispiel wie bei Destiny 2, was, ähm, es hat Spaß gemacht, Koop zu spielen, wirklich. Aber dann war's halt mit der Story fertig und dann war's so, ja, gut, jetzt bin ich fertig. Ja. Ne? Im Vergleich zum ersten ist es nochmal besser tatsächlich sogar, ja. Es hat schon Spaß gemacht, auch dieses ... Aber es ist halt trotzdem einfach dieses ... Mach das da, sammel dieses, geh dorthin, bekomm das da, dann kommst du wieder hierher, dann mach das da mit deinem Kumpel und dann ... Und das ist halt grad bei Online-Spielen so. Ja, ne? Das ist halt auch bei Anthem jetzt, ich hab's nicht selbst gespielt. Aber es hat ja auch so gefloppt, ne? Also es hat gefloppt, also ... Absoluten ... Billig-Quests. Ja. Und ich, 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 ich denk bei sowas halt immer an World of Warcraft-Quests. Weil für mich ist das einfach, sammel drei davon, für mich ist das eine WoW-Quest. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaub, weil die halt auch, weil es WoW seit Jahren gibt und die das damals schon gemacht haben. Ich hab's nicht wirklich selbst gespielt, aber ich verbind's irgendwie damit. Und das ist halt, ich, ich brauch's nicht und dieses komplette Überangebot. Das ist das Problem, es ist halt einfach zu viel. Wenn es halt so eine, so eine schöne Balance gibt, wo es halt einfach schon, dass du die Welt erkundest, wenn es jetzt ein Open World ist, dass du halt schon die Welt erkundest oder halt auch in Gebiete kommst, wo du halt nicht hinkommen würdest, ne? Dann ist es cool, weil es dann trotzdem so ein bisschen Spaß macht. Ja, du erkundest die Welt, erfährst etwas. Ohne Zusatz. So, ne? Aber wenn du dann in dieses Gebiet kommst und dann dort nochmal zehn Aufgaben zu erfüllen, um in ein weiteres Gebiet kommst, dort zehn Aufgaben erfüllen musst, um dann wieder in das andere Gebiet zu kommen, dann denkst du, Alter, komm. Ja. Bevor ich jetzt eine halbe Stunde hin und her renne, denk mir so, ja, gut, nee, komm. Danke. Ich fand's, ähm, weißt du, hast du eigentlich Assassin's Creed 2 jemals gespielt? Ja, aber natürlich. Ja. Aber natürlich. Aber natürlich. Ähm, ist auch eins, also der Zweier und Assassin's Creed Brotherhood hatten auch coole Quests. Also ich wollte gerade sagen, das kann man auch noch als sehr gute Beispiele nehmen, weil du... Sehr, sehr cool. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt falsch erinnere, vielleicht... Jetzt bin ich hier gefreut, ja. Der ist ja von, das ist ja zehn Jahre her, Assassin's Creed 2. Echt? Witzig, zehn Jahre, aber es gibt zwölf Fortsätze. Ähm, boah, ich weiß jetzt nicht gezählt. Aber es ist von 2009, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber auf jeden Fall, ähm, da hattest du halt deine Hauptquest und du hattest Nebenmissionen, wie es immer so schön heißt. Eben, ne? Und eine Nebenmission ist für mich eine Hauptquest oder eine Geschichtsquest, die aber nicht die Hauptgeschichte Fragen treibt. Du gehst halt zu Leonardo da Vinci, machst da was oder zu dem Typen und machst da was. Ja. Ja. Und klar, vom Design her war das auch, du plätterst und rennst oder bringst da jemanden um oder läufst jemanden hinterher und versteckst dich. Aber immer gekoppelt an eine Geschichte. Und das Ding ist, du hast in sehr vielen Spielen ja eigentlich ein bestimmtes Gameplay, was dich auf bestimmte Missionstypen zum Teil beschränkt einfach. Klar, da kann man ein bisschen kreativ werden, aber an sich ist das, was es aber gut macht und komplett nicht bemerkbar. Ja. Einfach, wenn es dir logisch erscheint. Ich meine, wenn du ein Auftragskiller bist, werden die meisten Quests Auftragsmorde sein. Klar. Okay, aber wenn du jetzt, es ist besser, wenn du halt irgendwie was drumherum hast, dass der wirklich böse ist und der macht erst was und da musst du aber erst einmal wegrennen und dann kannst du ihn umbringen, gekoppelt mit was Emotionalem, weil er jemanden entführt hat, den du kennst, ist besser als, er hat mir Geld gestohlen, bring ihn um. Und das sind halt diese Filler-Quests, die kannst du halt einfach reinscheißen und wenn du da 30 davon hast und bei jedem bekommst du eine Münze und du brauchst 30 Münzen für eine neue Quest, einfach gemacht. Das war ja bei Dragon Age Inquisition, finde ich auch ein schlechtes Beispiel dafür. Ich habe es nie durchgespielt. Ich habe es gar nicht gespielt. Aus dem Grunde auch, weil es dann auch so Missionen hatte mit, er soll mir mehr 10 davon und 10 davon, dann bringst du das da hin und dann sammelst du mir nochmal 5 davon, 93 davon und bringst mir das dann nochmal da hin. Und dann, dann machst du das alles 5 Mal insgesamt, weil da bekommst du was und das bringst du dann da hin. So. Ja. Ja, es ist... Das ist halt, ja. Es ist halt, ja, Quest ist so ein dehnbarer Begriff, du kannst es halt wirklich extremst dehnen und halt dementsprechend das Spiel halt dann auch gestalten, weil theoretisch gesehen gehört es ja dazu, weil es ist ja eine Quest, es ist ja eine Aufgabe, die du erfüllen kannst und vielleicht auch musst, aber eigentlich hat die überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun, aber hey, dafür kriegst du 10 Gold, so zum Beispiel, ne? Ja, die Jagd nach Erfahrung. Ja, und halt, kriegst halt EP dafür, aber so richtig so, hm, ja. Ja, ich hab halt das Problem, ich mach das immer gern, dass ich erst die Hauptgeschichte halt weitermache, wenn ich alles andere drumrum hab. Ja, das ist ja dieses, dieses Dungeon-Syndrom ein bisschen, so von wegen links geht's zum Ausgang, ich geh erstmal rechts lang und erkunde alles, damit man auch nichts verpasst. Ja, also da bin ich auch wirklich einer, wo ich halt, wenn ich weiß, okay, dahin muss ich, das ist die Hauptmission, aber hey, guck mal, da ist doch noch eine Ecke. Okay, und guck mal, da war ich auch noch nicht. Genau, genau. Lauf ich mal hin, guck halt ein bisschen rum. Das ist die Angst, was zu verpassen. Ja, da bin ich auch ganz schlimm. Das Problem ist, also ich kann das nicht einfach abstellen und sagen, scheiß halt drauf, weil ich mach's halt automatisch, keine Ahnung, aber wenn dann halt da 5 Quests sind, die ich dann halt erst machen will, dann ist das wie Arbeit, weil die halt einfach nicht spannend sind, dann ist das wie Arbeit, ich mach das, geh dahin, bring den rum, geh wieder zurück, rede mit dem, so, dann geh ich jetzt zum nächsten, aber ich rede erst nochmal mit dem, weil das liegt beides auf dem Weg und dann ist das schon wie Planen und Arbeit und ist nicht so von wie, oh geil, jetzt kann ich da hin und das machen. Ja, ich glaub, man verliert auch ein bisschen das Interesse, weil wenn es sich halt so lang zieht, bist du halt dahin. Ja, weil das ist mein Problem, ich hör dann auf. Ja, ja, ja. Ich hör dann auf. Deswegen mag ich so Spiele wie Dark Souls und Bloodborne auch, ich hab jetzt das Sekiro hab ich noch nicht gespielt. Sekiro? Ähm, bin ich so der Japan-Fan, aber wenn irgendwann, irgendwann mach ich es schon. Es soll auf jeden Fall echt gut sein, also es kommt auf jeden Fall. Es ist auch gut, ich hab auch Videos gesehen, ist schon geil. Ja, schwer auf jeden Fall, sehr schwer. Das ist, na gut, es ist ein bisschen anders als jetzt Dark Souls zum Beispiel, aber ich mochte das halt, du bist da und du hast keine Aufgabe. Du hast nicht irgendwie, dass dir jemand sagt, also nicht so direkt so von wegen, schau mal, du musst jetzt Ulrich den Zerstörer töten. Nee. Du bist halt da und suchst es selbst raus und gehst halt den Weg und schaust, wo geht's weiter. Wo kommst du hin? Schau ich aber erst da lang, schau ich da lang, oh, hier ist eine Abkürzung, da geht's wieder da. Und, also ich bin nicht der größte Fan von dem ganzen, wie heißt's, World Storytelling oder wie es heißt, dass du halt nur durch Entdecken die Story mitkriegst. Ich hab schon gern Cutscenes und so. Ja, ja. Aber dieses selber rausfinden ist schon gut und so selbst deine Aufgabe finden. Es hat schon so einen Reiz, ja. Wie das Leben halt. Ja. Weil du weißt, okay, mein Ziel ist, das Spiel zu spielen oder durchzuspielen. Mhm, aber so einfach, einfach drauf los sozusagen. Mich nervt dann, ja. Ja. Nee, weil, ja, da kann man, kann man, äh, äh. Braucht man eine eigene Folge drüber machen. Nee, nee, nee. Klar, du willst über alles immer eine eigene Folge machen. Nee, 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 ich hab überlegt, ob ich noch ein gutes Beispiel tatsächlich drin kann. Ach so, nee, ja, ja. Ja, gibt's, gibt's irgendwie eine, eine Quest oder so, die du noch weißt? Also, jetzt was, was vielleicht nicht aus Switcher ist, weil mir fallen gerade schon wieder zwei Witcher-Quests ein. Ja, Witcher kommen ja ganz, ganz viele auch wieder. Ich weiß, ähm. Ich überlege gerade noch so anderes, was ich auch immer mag, oder so ein Typ, weißt du, so ein Quest-Typ meine ich, was ich immer mag, sind die, ähm, sind so Theater-Quests. Ja. Gibt's auch in Witcher 3, gibt's da auch eine, aber auch in anderen Spielen manchmal, wo man halt irgendwie selbst Teil eines Spiels oder Teil einer Aufführung und so ist. Es ist, es ist halt mal cool irgendwie, weißt du, weil das meiste ist dann oft, ähm, auch im Prinzip einfach rumlaufen und Antwortmöglichkeiten oder sowas auswählen, aber durch die Art, wie es halt gemacht ist, ist es mal spannender. Ja. Ich glaube, also. Sowas mag ich dann auch immer gern. Ich kann mich nicht hundertprozentig daran erinnern, aber, um Assassin's Creed zu benennen, die Quest oder die Nebenaufgabe, ich glaube, es war eine Nebenaufgabe oder eine Nebenmission. Ah, wo man hundert Federn sammeln muss, ne? Ja, genau die. Die war gut. Nee, wo du dann die zweite Klinge bekommen hast. Die zweite versteckte Klinge, weil da musstest du ja auch... Meinst du, die im zweiten Teil, die Doppelklinge am einem Arm? Nee, 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 dass du rechts und links eine hast. Diese wirklich rechts und links eine, ne? Ähm, weil ich glaube, das war zum Teil Hauptstory, aber auch zum Teil Nebenstory, weil du ja, glaube ich, tatsächlich die, die, die Pläne dafür finden musstest, um sie halt dann Da Vinci zu bringen, dass er die, die, die macht. Und dann konntest du erst die Hauptmission weitermachen, dass du die zwei hattest. Und das war auch echt cool, weil du dann da so, ähm... Ich hab's verschoben Hauptstory. Ich bin mir nicht sicher, aber ich... Also du, du kommst halt nicht weiter, wenn du's nicht machst. Ja, genau, das meine ich halt. Du musst halt trotzdem was machen, damit du weiterkommst. Ja. Aber das war halt trotzdem so... Ja, es war halt, es war halt, es war halt so ein bisschen Erkunden, mit, äh, bisschen Action auf jeden Fall dabei, aber es war nicht so, ja, lauf da hin, sammel das ein und bring's mir, sondern... Ja, es ist halt, es ist schon dieses typische Assassin's Creed, weil ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber dann hat man doch durch den Sinn halt dieses Geil, Mann. Ich hab mich halt übelst, weil ich wusste, dass ich, weil ich wusste von dem Ding, oh, jetzt krieg ich endlich die Doppelklinge. Ja. Von dem, boah, geil, ich mach diese Neemission, ich bring dir das und dann, bam, geil. So, das war halt so, bam, es war einfach so cool. Und dann, es war halt trotzdem nicht so, ja, lauf da hin, bring mir das da, dann kriegst du es und dann, oh, geil, jetzt krieg ich sie gleich, alter, geil, jetzt hab ich sie gleich. So in dem Sinne, ne? Also da, also, das ist auf jeden Fall auch noch eine Quest, die sehr, 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 cool in Erinnerung geblieben ist. Ähm. Und ich überleg grad, Ding, ähm, Mass Effect fällt mir auch noch an. Mass Effect, oh. Mass Effect, Mass Effect. Diese ganzen, also vor allem beim zweiten Teil, diese ganzen Charakter-Name-Stories und so, da gab's auch ganz coole, weil sie halt auch gut inszeniert waren. Und ja, die Zeit ist um, stimmt. Die Zeit ist jetzt auch schon wieder um, ja. Das heißt, jetzt müssen wir aufhören. Aufhören, ja. Ne, aber, äh, wie gesagt, Quest, äh, hoffe ich, dass es sich wieder ein bisschen anpasst. Ja, ähm, das, es gibt ja ein neues Star Wars-Spiel. The Last, ne, äh, äh, ähm, Star Wars Jedi. Fallen Jedi? Jedi the Fallen, glaub ich. Niemlich so, ja, genau. Und das ist ein reines Singleplayer-Spiel. Soll einen sein, bis her. Ohne Mikrotransaktion. Bisher, ja, bisher, aber ich glaub. es bleibt auch so klingt auf jeden Fall mal interessant mal wieder cool, so wie Force Unleashed oder so na gut auf jeden Fall Quests beenden wir auch damit haben wir unsere Quest auch wieder beenden einen Bildungsauftrag eine Bildungsquest wir schließen die Bildungsquest ab weil wir brauchen 100 Bildungspunkte dafür bekommen wir oder neue Schuhe oder so 5 Gold ja dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe es war interessant passt dann wieder für mich auf jeden Fall sehr interessant auf jeden Fall ohne wirklich Ahnung reinzukommen und dann schön zu diskutieren das finde ich immer ganz cool ich finde es eigentlich ganz gut macht das Ganze auf jeden Fall ein bisschen spannender und ein bisschen schön die Diskussion anregen zumindest für uns ja ja gut dann würde ich sagen reicht das auch schon wieder passt loggen wir uns wieder aus loggen wir uns wieder aus alles klar ich drücke den Knopf und dann bist du nix hast du ja gestorben nein natürlich nicht achso ich habe kein Internet mehr für heute ja du von meiner Seite auch sage ich dann tschüss bis zum nächsten Mal du hast immer noch das letzte Wort vielen Dank fürs aufrufen und abspielen ihr könnt jetzt ich weiß nicht wir haben keine Endcard oder wo es zu den nächsten Videos geht aber ihr könnt uns abonnieren abonnieren jetzt habe ich auch mal Werbung gemacht machen wir auf jeden Fall noch eigene Werbung die anderen Folgen einfach auch noch reinhören jetzt reden wir voll ineinander rein naja ja auf jeden Fall einen schönen Abend einen schönen Tag noch viel Spaß bei der Arbeit oder einen schönen Feierabend gute Nacht gute Fahrt und bis zum nächsten Mal tschüss tschau